Das Iconwerf ist eine weitere erfolgreiche Neuentwicklung aus den Brass Ateliers hier in Geritzried. Nach vielen und intensiven Gesprächen mit Musikern stellte sich heraus, dass viele Musiker eben nicht nach einem Full-Flow-Ventil oder auch einem normalen Drehventil mit einem hohen Widerstand ersuchen, sondern nach einem angenehmen und geringen Widerstand. Die Funktionsweise vom Icon-Ventil ist genau identisch mit einem Drehventil und dadurch ist es natürlich leichtgängig und absolut wartungsam. Im Prinzip haben wir bei dem neuen Icon-Ventil die Laufflächen nach innen in das Ventil reingelegt und dadurch haben wir ein sehr, sehr flaches und ergonomisch angenehmes Ventil geschaffen. Das Iconwerf hat einen nahezu vollen Durchgang von über 98 Prozent, ist extrem kompakt gebaut und zeichnet sich durch eine konsequente Leichtbauweise an allen Teilen aus. Das Icon-Ventil haben wir versucht so leicht wie möglich zu bauen und wir haben es dadurch erreicht, dass wir im Grunde genommen die Wandstärken viel geringer gehalten haben. Und obwohl wir um vier Millimeter größer in dem Durchmesser gegangen sind, haben wir eine Gewichtsreduzierung von 20 Prozent erreicht. Der Musiker hat die Möglichkeit, mit verschiedenen Deckeln das Gewicht einzustellen und somit seine Masse und eben seinen Klang damit zu beeinflussen. Das Iconwerf ist natürlich handgefertigt, made in Germany und wird bei B&S in Markmöckkirchen hergestellt. Vor der Vorstellung des Iconwerfs haben wir es natürlich ausgiebigen Feldtests im Orchester unterzogen und Profimusiker bestätigen diese Eigenschaften und sind begeistert davon. Buffet Crampon bietet ausgewählte Modelle von B&S und Courtois mit dem neuen Iconwerf an. Jesus Christus .